Sag nicht immer nur NO auf Spanisch. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man jemandem auf Spanisch widersprechen kann. Ja, hast du fünf. Uno. Para nada. No, para nada. Dos. Que va. No, que va, que va. Tres. Que dices, hombre? Que dices, hombre? Que dices, hombre? Tres. Cuatro. Que no. Que no, que no, que no. Cinco. Anda ya. No, anda ya. Wie wirst du nächstes Mal jemandem widersprechen? Schreib's in die Kommentare.